So, heute ziehe ich dir mal das Geld aus der Tasche. Ich habe 3 Karten. Einen roten König. Noch einen roten König. Und einen schwarzen König. Das ist die Money Card. Du verfolgst jetzt bitte den schwarzen König. Der schwarze König liegt oben. Wenn wir den schwarzen König runter tun. Wo liegt der dann? Unten? Falsch. Wenn du denkst, der liegt immer noch oben. Auch falsch. Wenn du denkst, der liegt in der Mitte. Auch falsch. Ich habe gar keinen schwarzen König. Falsch. Okay, wenn du mir sagst, welche Karte oder wo der rote König ist. Oben? Falsch. In der Mitte? Falsch. Ich habe mehr als 3 Karten. 1, 2, 3. Auch falsch. Okay. Wenn du mir sagst, was das für eine Karte ist. Schuldest du mir gar nichts. Wenn nicht, schuldest du mir einen Zwani. Was? Noch ein roter König? Falsch. Schuldest du mir wohl einen Zwani. Peace! Ich bin den � starsch.